Ist die Kamera an? Ja. Okay, gut. Och nee, wir drehen euch jetzt nicht ernsthaft ein Video, oder? Äh, doch. Och nö, Calypso, ich hab grad keinen Bock. Ich traller hier grad auf Instagram rum. Octavia, sieht es so aus, als würde es mich irgendwie jucken. Ich hasse meine Brüder. Okay, 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 stopp. Hier ist zu dem Massenbeschnitt, by the way. Und ja, soll ich vielleicht eine Instagram-Seite für die McPopels machen? Ja oder nein? Schreibt's in die Comments. Und was werden wir in diesem Video schon wieder machen? Da es jetzt langsam zur Abendzeit kommt, oder zur Schlafzeit, wie auch immer, dachte ich mir, dass ich ein Märchen vorlese. Ist das eine gute Idee? Calypso, deine Ideen waren noch nie gut. Wir könnten ein TikTok-Video aufnehmen. Bist du dumm? Okay, okay, Octavia, hör auf. Hör auf. Hör auf. Lass es sein. Stopp es. Ich will kein Augenkrebs bekommen. Du kannst nicht tanzen. Ich kann wenigstens besser tanzen als du. Ach, und deswegen sieht Calistro so aus wie ein aufgeblasener Fisch, der gleich kotzen muss. Oh, aber das ist bestimmt was anderes. Was hast du heute gegessen? Bohnen. Ups, das war ich nicht. Ha, ich hab das Ganze aufgenommen. Werde ich jetzt im Internet davon losstellen, aber... Ach, kommt schon, Leute. So schlimm kann es doch nicht gewesen sein. Oh mein Gott, was war das denn? Wie lang waren wir jetzt ohnmächtig? Drei verdammte Stunden. Dad hat sich Sorgen um euch gemacht. Und du? Äh... Du unmenschiges Vieh. Ich bin ja nicht mal ein Mensch. Stimmt auch wieder. Und was machen wir jetzt noch? Corona-Maßnahmen durchgehen. Heilige Makaroni, Theresa, Furst, Furz, Pups, Kaka. Nein! Dann lass TikToks drehen. Rammte Furz, Makaroni, Pups. Nein! Was hast du gerade gesagt? Furz, Makaroni, Pups. Wenn ihr das sagt, dann klingt es lustig. Ach nee, Kalypso. Ach nee. Furz, Makaroni, Pups. Das könnte ein... Sprachen lernen. Leute. Oh mein Gott, bin ich nah an der Kamera. Ach nee, Kalypso. Ich glaube, seine Abendmatschigkeit Gehirn ist angekommen. Alter, was ist Abendmatschigkeit Gehirn? Ja, äh, Dummheit am Abend. Dann sag das doch, du dumm. Bl-bl-bl-bl-bl-l. Übrigens, wenn wir schon mal beim Thema Abendmatschigkeit Gehirn sind, oder was auch immer, äh, wollt ihr, dass wir eine Abendroutine machen? Wenn ja, dann gebt diesem Video ein Like und lasst einen Kommentar hinterher. Und da, Dingsverbums, wie auch immer. Da, da, da. Ich sehe Schmetterlinge. Ach du Kacke. Bring deinen Sanitär. Ich sehe Schmetterlinge. Und da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017